Willst du nochmal reconnecten, damit du den Chat im Verlauf nicht siehst? Ich hab gerade schon die Aufnahme angefangen. Hihi! Im Wurielife heißt er Seppe, hallo? Hallo! Hallo! Und daneben finden wir Zocker1909 und der heißt im Wurielife natürlich Zocker. Ne, Quatsch. Da heißt er Lukas und bei YouTube ist er zu finden unter dem Nickname Luckystar1909. Übrigens sind die alle in der Beschreibung verlinkt. So, und hier ist XSamielX. Ach ja, Zocker, sag jetzt mal hallo. Hallo! Hallo! Und hier ist noch XSamielX und im, ja, im Wurielife heißt er Samiel und bei YouTube befindet man ihn zu, ihn unter Samiel000. Auf jeden Fall, wenn wir sie für eine kleine Adventure-Map spielen und, ja, ein bisschen Spaß haben. Ja, aber wir bloß sagen. Ja, auf, auf und auf und auf. Das ist auch eine Map, die es extra für vier Spieler gemacht ist. Nur leider, es geht auch nicht aus. So, so, liest immer die Regeln vor. Regel 1. Zerstöre keine Blöcke außer Clay. Heißt, Lehm. Ja, ich würde sagen, jeder liest eine Regel vor. Los, der Nächster. Spiele diese Map auf friedlich. Do not use any mods like invent, edit, too many items, zomp, und so weiter. Ja, jetzt ist er Picking 1. Ja, los, Sebastian, Storch. Äh, do not use any mods like game art, give. Oh, ja. Er kann's nicht übersetzen, leider. Ja. Fünfte Regel. Schmeiß alle, schmeiß alle deine Items in den Schlafraum und nimm sie nicht mit. Alles klar. Ähm, ja, go, go, ne? Ähm. Ja, doch, wieso nicht? Ja, doch, sind alles noch unnötige Regeln. Genau. Die braucht sowieso keiner. Jeder kann losnehmen. Das meine. Die will die haben. Okay. Ja, schnell durch da hinten. Was macht der? Das ist der letzte. Wow, 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 wow. Mami. Ambo. Ich hab' euch. Ja, Max. Ich dachte, dass wir fallen irgendwie runter oder so. Ich dachte auch. Ja, jetzt, jetzt fallen wir hier runter. Ja, das war's, aber jetzt mal bitte anders sein, Lukas. Das war mein Abteil. 1, 2, 1. Wuhu. Wuhu. Bauer. Hilfe. Nein. Ich will es euch. Ich will es euch. Allaktivieren los. Äh. So. Man kriegt den auch ein Muster finden, müssen muss der was, ja, dann ruhig. Juhu. Juhu. Äh, weiter gar durchgehen. Hallo. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Wie kann man? Der eine schafft sich durch die Tür. Wie komme ich hier hoch? Oh, ja. Ähm. Hier öffnet sich bei mir was. Hm. Oh, ich hab'n Schleimball bekommen. Das ist ein Schleimball. Kannst du mir was sagen? Den habe ich dir gerade gegeben. Aktiviert. Ja, hat die wird. Hat jeder aktiviert? Ich kann nichts aktivieren. Die Tür ist offen. Bei mir ist nix offen. Doch. Du musst außen drücken, mal den Knopf. Damit geht's nicht außen rum. Lol. Warte, drück noch mal jeder. Oh, ich muss hier was öffnen. Was hat sich gerade geöffnet? Ach, ich hab ja noch eine Druckplatte, wo ich rausstehe. Ja, hier. Geht so eine Slap oder so. So, jetzt öffnet sich was. Ja, jetzt geht's bei mir. Jetzt geht's bei mir. Bei mir auch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin nur in der Nacht schlafen. Ja, ist schon noch. Ja, ist schon noch. Jetzt ist Nacht. Ja. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. In every sleep room drop all your items. Ja. Hier. Keine. Also los. Drückt. Also einfach drücken. Ja, komm, wir drücken wie wild durch. Ah. Ja. Wir sind die Besten. Ja. Ich hab jetzt weiter. Samuel. Wir sind zusammen. Drückt mal gemeinsam. Drückt gemeinsam. Nee, nee, ich warte ich. Ach so. Was soll ich machen? Schleimwoll irgendwie. Ja, ihr müsst hier die durchgeben. Dann komm rüber. Hier. Ich hab nicht. Hallo. 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 Ich hab gelehrt. Keine Banane für dich. Schade. Und dann muss ich einfach zurück zum Planeten auch. Und dann krieg ich auch wieder Bananen auch. Ja, wir kriegen die ganze Zeit slimeball. Aber wir wissen nicht, was wir damit anziehen wollen. Ich überschmeißen schon mal. Nee, 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 nee. Wir kriegen den ja nicht. Der Fliege so nach unten irgendwie. Ja, wir müssen da die Strömung ändern. Weißlinge ja schon mehrere. Ehre steh' ich mal auf die Platte drauf. Ich drück mal. Ich auch nicht. Bei uns sagt, ihr müsst ihr müsst das Regeln. Hier bei uns gibt es nichts mehr. Eure Mierse, 3,3 und her. Das sind ja auch noch mal. Soll ich sehen muss man sich um einen Geraden auf dem Druckplatz drauf. 1, 2, 3. Der Ges…. 2 3 drückte man so was zahlt jetzt kommt sagt dann wenn es da ist dann drücken wir genau dann geht die Stürmung weiter ins Land der Kette Zettzeichen er hätte es ist es ist jetzt durch ja wir haben es geschafft es liegt auf dem Boden und jetzt ja und jetzt umgucken aber da hier hat sich was geöffnet und zwar in der Schöne sind die Platte es ist ein wichtiger hinterher hat sich nichts geöffnet noch mehr als Mensch hat sich kurz zu sein Prozent jetzt haben wir auch noch einmal mit dem haben es was zu essen gehen als er ist ein Bauch mehr kommt so und jetzt muss ich sehen seit es war die oben im Kontrollraum in den Holzplatte dann kommt und unterdrückt die Schersteinplatte mein Brot der sind Prozent der Günther schiedet sich schon wieder was mhm das ganze gar nicht mehr was hab ich jetzt aktiviert gar nix doch was Strömung ja oh und wir kriegen gar nix nein nein sie sind es ist auch der Först okay juhu juhu und wird mit mir ich stehe auf Ladies First also hier oben ist nur ein Schalter da ja hat sich die Tür geöffnet ich glaube schon okay durch juhu sagt er durch du kannst wieder zurück ach so dass die Tür auch ich bin der Anerkennung ich spielte Merkert spielte Merkert doch ein paar Lohn aber auch die Welt komplett zusammen nehmen schau jeder muss wieder einen Knopf drücken dauersturm Stimmblager Sturmklingeln die Gnade J Röhrer GmbH Lektik Samy vor allem er braucht sich nicht mehr und ob er nicht braucht nach so ein bisschen Solo aber immer wieder aufgrund bis jetzt ist in so los Mensch zu kommen Lux Leibmann aus dem Herbst am Barth in das Pass Prozent aus wie Pippen die Tiers das Rischofrein lag als Solon auch alles klar darauf und drücken Kronen und auch ins Landort und sonst irgendwie geben ihr habt ihr muss auf die Druckplatte auch so ja auch eröffnet aber die Türs auf wir können aus wir sind nämlich vier Betten haben ich mache das 8 alle Pernlos sie sind nun so ein 42.000 Euro und die Böre was man die Sitz die Falle der Gäste auch noch dabei er die 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 auch egal also es wird scheiß drauf wieder ein Schalter und jeder Schalter nehmen die dann wieder nennen Hilfe auch was z.B. Gründer das aber erinnert sich in den Götter als ich habe es schon gesagt 1 2 3 los sein 3 4 auch so was für mich einstück neun ich auch ein nur schön ich bin jetzt auch von meiner Herde Norden nun aber die kommen alle er ist ein Knopf aber so ist das so wie ich muss drüber Prozent später Settel Klick bitte noch mal in der Welt so du hast ein Schalter die Jürgen was passiert wenn ein Schalter drückt dann ist die Stadt drücken und da öffnet sich den Weg für ihn Ahring der Hauptmann auf das ist ein anderes Blöcke ich habe drauf los mit dem Bisschen zu schnell noch mal bitte so du kannst es werden einfach drauf es werden einfach drauf er ist draußen auf jeden Fall ich wechsle gerade kurz meinen Text ab okay Zappel was am besten mal aber jetzt war die die Serverding zu uns eingeblendet aber egal das geht schon kann man ja ausblenden das stimmt könnte ich mal die die Hälfte schön ich weiß ja ob ich daran denke denn da musst du nicht und läuft auch verdammt drückt noch mal toll als es bei mir gibt es gar nichts für mann noch mal aber nicht okay darauf stehen ist doch immer noch mal es kann man drauf los aber jetzt schließt sich ja 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 er selbst versucht sie nicht mal und los ja ich habe nicht mal die Blöcke um um ihr auch so ein Jahr aktiviert so er kann nur Leute okay 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 noch mal hinter dem Soppen was uns im Bein aber sagt er heißt er aber er ist ja gar nicht mehr als das durch auch muss wieder zurück bei der Okkirchen die ganze Zeit durch richtig auch sie sind was sie auch scheitig wird und Luft austauschen Prozent so ist er nicht mehr und groß ja drücken er auf der größe da kommt nichts mehr jetzt jetzt nein auch knapp der wo es noch dauert ich denke das kann man jetzt mal ein bisschen gebraucht hat hier noch mal als wo die gar nicht erlöst hat er noch mal was dann sagt auch was ja so mit dem Sosses weitergeben 1 also war man mit dem Glück ja so 1 2 3 los Torhüter er kommt abgabend Samir Gowett übernommen ich habe mich er sei gar nicht auch noch mal drücken ich bin ja auch gerade in die Runde Jopi ich drück mal so jetzt so ist mir jetzt untergefallen Prozent doch das war gut aber nicht weiß nun doch er geht noch mal normales am Erblichste Sonnigrund nein das ganze zu nehmen Fakon aus die doch also noch mal dieser auf drei 1 2 3 kom 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 und wurde auf einmal langsam weiter ja 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 sagen sie alle und dann zu schwanger ok allolol ist es ganz viel passiert ich habe mal außerdem mit firefox und starke oft geöffnet also da hat er jetzt erscheinen 1 2 noch mal weiter 1 2 3 ja toll also vorgebracht man wird sie daran weil es aber so extrem lebt voller scheiß sauber Prozent das war ja auch lange Arbeit und sie dann ergriffen auch hier Günther entscheidet was was entscheide ich wann es los geht der seite ja los bämm ja ja seht ihr mal bämm und hätten hier das ok jeder pen ja ich habe nur das problem ist irgendwie gar nicht sagt auf diesen kann und auch jetzt kann es so das ist ein Verbrauch ich dachte wir schlafen nö wir schlafen nicht hinterher guter auf ja höll ok dann nicht mehr weiter ich bin ich wollte ich mich aufstehen Strafverlässigkeit ist nicht auch ich auch Hülf um dort aber noch Rügel sich im Vorwurf zum Glück haben wir alle gibt Tent Prozent von den Kipfel enthält er ist der allerdings er ist der ersteller dieser Map wir können auch Ja, ich lese euch mal die Namen voll, weil ich habe ja vier zur Auswahl. Einmal Maker Tim und DM HD. Du entscheidest, dass wir sterben? Dankeschön. Maker Tim und Fistik. Maker Tim und Nexion. Ja, ich kann... Machen wir Nexion. Ja, genau. Nexion. Bitte lass es richtig sein. Ah, nein! Ich. Okay, dann probiere ich einfach mal aus. Machen, dass wir wieder sterben mussten. Also machen wir aus der Not mal jetzt eine kurze Lehre. Vertrauen niemals einem Günther. Günther. Vor allem nicht hier oder Günther ja auch. Lukas, komm mal rein. Wohin rein? Ja, in den Raum. Bin ich doch drin? So, ja, dann mach ich. So, äh, darf ich drücken? Rate einfach, ja. Bitte lass es nicht lauter sein, bitte lass es nicht lauter sein. Ja, drück doch. Ach so. Jetzt muss er doch mal... Nein! Nein, ich will sterben. Lies vor. Äh, ich glaube, bei jedem steht, was unterschiedlich ist. Also mir steht, what is the color of the first question? Und dann nehmen wir so ein bisschen aus. Ich kann nicht sagen. Seppel, welche Farbe war es? Ja. Welche Farbe war, äh, war, äh, war, äh, war die erste Frage. Also in welche Farbe war die geschrieben? Ja, in schwarz, normal. Schwarz? Alles klar, schwarz steht in die Zaußbar. Ja, gab es da irgendwie so ein Wollestück oder sowas? Ja, rot. Ja, dann mach mal rot. Ja, oder ist eben halt hier die erste Frage jetzt gemeint? Mach einfach rot. Egal, mach einfach rot. Yay! Äh, jetzt steht bei mir was. Okay. Ja, dann... Lies mal vor. Was ist der neue Snapshot 12W17A? Ach, Gottchen. Redstone ist bug-free. Also bug-frei. Redstone war doch schon immer bug-frei. Nein. Ja. Warte mal. Das war doch das mit einem Slaps da. Wooden Slaps. Ja, ja, da steht der auf jeden... Four new wooden slaps. Okay. Okay, dann. Yeah, oh, ich hab ne Fonger. Yeah. Next Level. Troll. There are no question at all only troll buttons. Oh, lolololol. So ein Klicke. Ja, troll, 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 lol, oder trollolol. Trollolol. Oh, lololol. Oh, lololol. Haha, ihr seid tot. Oh, ne Scheiß, man sieht sich als ganz Rats und wenn man stirbt. Oh, jetzt müssen Sie die ganze Frage nochmal machen. Egal, jetzt, jetzt käme ich sie. Ja, dann einfach zack, drücken und durch. Los. Hey, wir hatten da vorne überlebt. Ich? Und wie kannst du dann jetzt die erste Frage beantworten? Ja, Seppel musst du. Er ist doch da vorne gefangen. Seppel sammelt. Seppel, jetzt geh doch in den Raum rein. Ja, da lang. Ach so, jetzt. Warte, ich geh. Wieso höre ich jetzt Regen? Wieder alle Türen zu. Ja, ich hab da kurz Regen angemacht. Okay, dann. Fuck! Was ist jetzt passiert? Hier sind da alle Türen zu. Ich bin... weg. Ich bin in einer anderen Dimension. Ich bin in einer anderen Dimension. Ah. Deine Ahnung. Hinter, Günther, Günther. Hallo. Ich bin da jetzt rechts, aber mal, ja. Was? Wieso bin ich jetzt auch noch unterwegs? Ich bin in ein Portal reingelaufen. Oh mein Gott. Hä, in welches Portal denn? Wieso hättest du dir dein Ender- äh, Ender-Portal? Wieso rennst du rein? Ja, ich hab mich durchgebaut und dann bin ich reingefügt. Jetzt sind die ganzen Türen zu, lol. Hey. Hey, lol. Jetzt kann ich euch gar nicht mehr helfen, weil ich jetzt schon durch bin. Lol, ich bin inzwischen im Raum gefangen. Zwischen den beiden Fragen. Oh man. Ich bin auch gefangen. Super. Einmal durchbauen. Warte. Nö. Zack. Durchwachen. Letzte Frage, glaube ich. Oh, ich geh mal aus dem Gäuble. Ah, endlich. So. Okay. Das Spencer, ich hab was übergeschossen, Lukas. Ja, zu mir. Ja, ja. Ja, ja. Also, ich denke mal, wir müssen irgendwas austauschen. Ah, ja. Ja, ein Slimeball. Ja, jetzt hab ich ihn. Ja, ich hab's ja süß. Ja, ja. Also, wie ist er voll schnell geflogen? So, da rein. Seitdem ist er ein Schalter, äh, Druckplatte? Ja. Ja, meinst du? Ja, meinst du? So, läuft. Ich glaub, das Ding liegt da nicht drauf, oder? Ja, ich hab jetzt Slimeball. Ja, dann... Ah, bei mir ist ne Holz... Oh, da musst du wieder einen durchgeben an Lukas. Musst du einen durchgeben, Lukas, äh, Seppe. Aber da rein ist nur eine Holzdruckplatte, oder? Ja. Jetzt ein Hör. Ah, okay. Da muss er... Okay. Also, mir liegt dieses Heim auch voll schnell. Hallo. So, er liegt genau drauf. Okay, aktiviere mal die Steindruckplatte, Lukas. Ja, ja. ja ich glaube wir sind zusammen ja drückenkuscheln mehr das ist ein bisschen wasser Spielchen m n er wird er bin gefangen kürz wenn man nun alle bleibt noch nicht einig auch so ja genau das ist ein paar Niederland was man macht so gut bei mir geht's nicht oh nein ich bin mal die Geil gemacht ja ich bin zu euch nein jetzt sind wir zusammen oh ich werde in Skype angerufen ich muss da nicht grad was erklären 2 aber auch die ganze ganze Schaltaufnahmen ja machen wir noch mal ja aktiviert doch ja jetzt ist zu spät es kommt nicht gegen die Strömung an rein einfach wartet wie lange braucht es nachdem ihr sagt gedrückt hat zählt mal nach eine Sekunde dann sagt los und wir gehen dann auch noch eine Sekunde los ja ich bleibe die ganze Zeit drauf ein 20 und ob es heute bei mir zum Geburt bei mir zum gepackt ja 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 du bist ja schon drauf warte alter der deaktiviert ist genau wenn bleib doch einfach die ganze Zeit drauf so wie zu den Kameramen ein mit optisch ein kann ich mehr so so nicht direkt nein nein schau das euch an mein Gesicht ist hey nein jetzt habe ich keine Energie mehr nein da lässt sich doch was machen was denn war nix 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 jetzt ist das nicht gelesen alter das gibt die Druckplatten und dort und den Weg Samarkurt fleisch ich werde ich nicht bewegen nachdem wir nicht gut wie das aussieht man kann man ein ist nur stell ich mal gerade wieder bei der Ehrleiter in Weltmann traurig bleiben drei gehen weg wie ist das denn eine Güntel von Günthers ersten Abonnenten ja natürlich Brot Penis in Ruhe jetzt können wir ja von Anfang an obwohl das die übrigens an alle Abonnenten Prozent falls ihr mitspielen wollt könnt ihr das gerne machen müssen die Beschreibung auf Neuern Skype-Arm reinpacken oder aber Schreiber mit Namen Junge und dann Prozent hätte ich euch was gab und dann klären was er sagt wann wie warum und weshalb wenn ich halte es dumm wir aufnehmen er übernommen wird in der Oberbürgermeister zurück dann müssen wir nicht die Ironie ist mir schreibt einer an mit dem ich das das letzte aufgenommen Prozent 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 jetzt könnt ihr die Wachsort oder auch die Schaffers doch und jetzt muss man kräftige Schuhe drauf okay Kreisbruch jetzt hier das kommt eben seiner verkackten sind alles im Vormamm da er sein Lukas das Verkackte sind war alles in Ordnung Achtung bis aus dem Arsch Prozent also kommt die mussten aktivieren Zobobbinter Momentsdruck und wird doch hat die Stimme ja ich ich habe mich mit den Fingern er macht sie ja es ist der Weg wie dann wird so und da oder Mordboden der Druckerbund nie ich hau da irgendwie so aus Gewohnheit drauf weil ich mir das früher mal als Kind angewöhnt habe ich mir das mal das immer so Aggressionen ich habe voll die Aggressionen die Grösche die Kirche das kommt jetzt auf der Schleuchte zu sein müssen Scheiße nachher an die Europäer auch ein Gott als der Einzelnen der Kassel hätte können war das der Schlimmste also alle jetzt im September aber wird es ist was der Wetter wurde na ab und ab und ab und über diesen Günther Lp wenn er gehört es gut ja ich auch ach so und er kann sein aus seinen komischen Quellen da wo ich so Sachen hören sie mal mehr die ganze Zeit das Glas kaputt das Lüge jetzt wenn ihr es wieder nicht schafft nächste Kette über die ganze Zeit er die Frau abruf Loppo ich bin zuerst so ist ein Nubi wenn ja noch um ab der Verbrauch alle Ziele so schlecht Prozent nach dem Thema Marlowein gerufen jetzt wird auf die Scheiben zu schauen geht weiter und müssen wir auch schon weiter und nehmen um ein paar ein paar Prozent auch noch stunden zu machen und es wird die Leute geschaffen wenn ich mache das alles in einem Paar hoch das ist also eine Woche und dann zack aktiviert die Dinger ich warte noch auf Lukas vor wir haben einen Geflügel die Söder und auch sich schützt zu schieten hat er mir leid es ist aber kein Spiel relevantes Schiedmann geht aus dieser Sieg er hat auch gebraucht und ich möchte dort 9 oder so höchst auf Städte Malter Städte noch genau Olaupt hat ist unser Gefallen was macht er das ist so scheiße soll er ist willkommen gleich drüber und wenn nicht wenn es steht ohne TvP ist zu schwer und die Reihen auch schon mal die Reihen der Anerkennung ist mehr auf die Seite so kann das nicht weitergehen Leute also Nackes verständlich er kann nicht mehr damit dann machen weiterkönnt Mordorov Das packen wir, Günther. Was macht Lukas denn? Hallo. Hallo. Wieso bin ich jetzt da runter? Ja, eben. Nein! Das dauert immer so lange. Ja, dann... Rüber mit dir! Das knallt aber auch. Das knallt aber auch. Den Job schaffe ich einfach nicht. Den Job schaffe ich einfach nicht. Der Druck mit mir zu groß. Ich hab nicht. Los, ihr schafft das. Ich glaub an euch. Ey, Mann! Ihr seid jetzt langsam. Wer sind drunter gegangen? Ja, super. Ey, wir sitzen jetzt noch Stunden an diesem Leichter an den Leichtesten Level das Wort gibt. Das sind... Ja, du schaffst es aber nicht. Du hast mich zweimal untergefallen. Hm. Ja, also los. Hopp. Wer wärmer. Wer los ist, er hat etwas waschen wie jemals durch jetzt auch mal. Ja. Ja. Heiner. Ja. Könnt ihr das noch überspringen oder so? Ja, mach, 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 mach. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott, die beide sind so schlecht. Wir haben's geschafft, Junge. Die kann man an solchen Jumps zu versagen. Indem man ein Versager ist. Oh bluselig. Prozent seit die zwei Römer Ehe was machst du Schönen die Daube der Pfeffer wächst deshalb wieder untergeflogen Mo los zurück die Ehe und jetzt kommt da noch einer und der bei mir letztes Mal mit aufgenommen hat aber was macht er da ich weiß es nicht ich muss mal kurz ein probates Mittel einsetzen so aus unterhaltungstechnischen Gründen wo 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 was was geht ab was geht mit dir und ich habe nichts gedrückt ich bin jetzt einfach mal ich weiß es ist ein bisschen scheiße aber Prozent manchmal ist es nicht vor allem wollen genau ja einer muss noch nie mit rüber abruf also hier war die sechs sind kurz auf da wo wo wir uns eigentlich über Olo wir haben Lukas zufrieden Warte Warte erhebt er ist so verplanter Jungen da noch verkaufen ich glaube die Dinger die Teleport in die Warnersen und schlägt geht es auf eine Seite zurück genau damit euch zu können ja auch gern schaffen schütt das ist kein BVP an mann als das denn Moppa war klar war aber sehr klar dass sie gekriegt Kuro der Verhältnis und der Begründung ich glaube die Druckwärter und Gründer als gefunden und überwältigter die Bündung für ich bin für mich für die Brüder Mö Mami er hat aber enthält bereiten der Eigentümer ich möchte es nicht ich bin der Komplikator auf jeden Fall doch in Europa A das hat sich nicht aus Prozent sie sind um aber ich glaube ich weiß jetzt wie das geht wenn sie sich Prozent ich muss die Druckplatten hier in den Prozent ich habe die Druckplatte zweckig müssen das aber ich dachte wir benötigen war Schöner und sie wird fließend immer zum gleichen Punkten im Kreis hier auch so gibt es auch im Weg das ist genau Prozent aber darauf anwenden den Wettbewerb ich benutze noch die Linke sagt sie ich gehe immer nach links ich bin ja ein rechtertes und endlich natürlich auch jetzt gibt es keinen Weg was er Prozent hier steht was jura-lose-dorfernding jufauläu ich habe ich habe gefunden ja dann tut mir drüber und auch aber er hat sollten wir irgendwie weiterkommen und einfach zu mir kommen in den Kurs ich habe das Weg gefunden gut los auf oder auch war dann Prozent doch es ist die Situation haben hier ja wir kommen noch rein in schnitt Prozent jetzt ein Garten Prozent 3 der Registrat das ist ja nicht ja sie sind schon über den Anwalt der Reihen aber wenn wir alle sterben alle überreicht den Weg gefunden glaube ich die kommen euch entgegen aber herr komm mal herr hier er wird da was wir wollen wir lassen jemanden zurück ja Prozent Köln Prozent der Abwehr meine Prozent Neuerland ab Gintracht die Erkrankung Prozent Euro und der Werf über das rüber Morgens Prozent heute wieder voneinander getrennt ich bin nicht voll gut älter mit dem Luka auch nö sagt jetzt nicht wenn sie den Job zuerst und ist er erst mal schlafen erst mal schlafen das war auch scheiße also mein Körper habe ich verpennt zu schlafen sogar drück mal auf 3 1 2 21 Euro doch auch das ob sie gern in der Berkscheidung mein Berkauf der Kreise er hat geschafft ich bin der Wester in der Westerbundung wenn zwei so viele Milliarden Euro egal ich habe die 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 aus auf dem um auf der Karte gewaust der Karte von der Gäste denn der Entschluss aber auch die Doppel doch so wenn wir irgendeine Sache rein schmeißen da oben Slime-Baus schmeißen rein nicht die Fackel die ist die dürfen die darf man nicht ab dem was anderes noch bekommen heute ist da oben das ist schön drin es macht mehr und sie sind wir werden abruf erwartet dass noch einer Mato nicht geschaut er noch mal gebrochen noch mal okay ich muss lieber noch mal er kommt er kommt er kommt schnell also wenn was auch ich war ein bisschen ausgarten zu überleitend war aufgau sie müssen sie nicht nur und auch zu tun für die Wissenslore ein Treffen zu tun ich bin also ein Eichelkäse aber ein Eichelkäse ist voll erotisch Oh mein Gott alle kommen hier Alter das ist laut ich hab's geschafft du bist ein Tierjunge das hört man die ganze Zeit auf die Steindruckplatte bei mir ist Lava ich hab mir auch rennt einfach durch ihr habt Feuerresistenz bekommen nein ich nicht doch ihr als Arzt als Trank doch hab ich ich kann gemerkt oh mein Gott das ist aus Lava wir müssen nach oben oh nach oben ja ich bin jetzt instinktiv auch nach oben geschwommen ja wahrscheinlich müssen wir jetzt drei Kilometer nach oben schwimmen dann steht er zum Schluss da so ein Schild ich hab's ich hab's ja ich bin draußen und ich auch jetzt Seppel zu Seite zu Seite Seppel 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 nein 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 was machst du genau ich bin auf dem Feuer geboren was das Wasser ich bin direkt neben ihm ist wasser als erst mal Uwe langrenne Prozent über sind die Platten wochen also verdammt viele items wo wo ich bin es ich glaube ich bin wofür brauchen wir die weiß ich nicht eine Ahnung aber sie sind cool sie hören sich cool an glitzern glitzern und es glitzert das war die 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 eigentlich alles aus dem Weg das war alle Sachen weg die er dabei habt ich habe meinen glaub ich glaube nicht immer ich bin ich auf diese Druckplatten kriegen ich weiß auch nicht warum ja auch so geht das geht wirklich das geht wirklich jetzt hätte ich mein Ernst das geht wirklich was kann man den Druckplan legen die experience wir müssen sie manchmal folgen sie einem nicht das ja das müssen die Zeit das ist der Ort das ist mein Bestes irgendwo herumliegen Prozent 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 Millionen bekommen das Millionen Millionen Moment so ist die Aufnahme Pause